boin herzlich willkommen hier zurück zu einer folge let's play ls 17 nordfriesische marsch vierfach map version 2 1 ohne gräben letztes wochenende ist das zwischenlager zum download freigegeben worden und das transport pack und jetzt zum zeitpunkt dieser aufnahme ihr seht ja sonntag 15 uhr 16 ist das transport pack schon über 400 mal das zwischenlager schon fast 400 mal runtergeladen worden vielen vielen dank hoffe ihr könnt da was mit anfangen schreibt wünsche verbesserungsvorschläge und so weiter gerne in die kommentare das geht schief hier ist mit maus laden merke das passt nicht zusammen naja gut ist jetzt einmalig gewesen wir kippen mal hier ein bisschen hackschnitzel ab und dann kümmern wir uns erstmal darum dass die produktionen hier wieder frei sind die ernte fangen wir noch nicht an soweit ist es noch nicht die felder sind noch nicht erntereif hier ist voll schade vielleicht kann ich hier was los werden als brennstoff noch mann 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 aber ich befürchte nicht weil hier auch moment nicht weiter produziert wird weil hier auch alles voll ist muss mich also tatsächlich erstmal hier mächtig um nein ich will das doch noch gar nicht aufladen das ist ein Mist ey naja wie auch immer ich stelle die erstmal wieder hier hin wo sie immer stehen steht das zwischenlager und das ist auch schon ganz gut gefüllt worden machen wir jetzt erstmal darum dass hier mehr gelagert werden dann guck mal hier stehen auch schon wieder paletten rum ach ich glaube mein ich weiß gar nicht ist mein lager schon wieder voll sind da schon 100 leer paletten drin ich weiß es gar nicht ich muss kommen erst mal muss ich hier die holz paletten weg holen die bretter paletten das kann auch weiter produziert werden erstmal holen natürlich trotzdem noch mehr ab schreibt doch mal rein ob ihr mit den typen von paletten dafür kann ich ja keine hd ballen und sowas laden ob das für euch passt oder ob ihr da noch änderungs wünsche hättet schreibt doch mal bitte in die kommentare mit dem transport pack weil ich kann ja keine hd ballen keine big bales laden ich kann ja nur in anführungsstrichen nur die bader ballen laden passt das für euch es gibt schon anfragen zum thema so warum wird hier nicht mehr produziert sie muss sie erst mal anfangen da habe ich keine holzstämme mehr doch holzstämme sind noch da es gibt also schon anfragen für die rundballen aus dem strohbergungs addon da mache ich mich gerade schlau dann muss ich gucken ob das ob das geht ob ich das hinkriege ich habe das strohbergungs addon selber nicht daher wird das ein bisschen schwieriger und voll da ist schon voll dann gucke ich mal ob ich die noch einlagern kann oder ob das schon voll ist dann muss ich hier tatsächlich irgendwie wegbringen da könnte ich auch noch mal hierhin schmeißen ja platz ist da noch was steht da wie viele leere paletten sind da ja dunkel hier 16 von 100 da kann ich ja hier noch ja richtig war was von machen das ist dann ja überhaupt kein thema das ist ja sehr schön dann kann ich den ganzen stapel der da hinten noch wieder an der straße steht da ja auch einlagern der musste ja nicht so aus spaß rumliegen oder rumstehen macht ja keinen sinn das macht ja keinen sinn so hoffen wir mal das feld 45 bald reif ist 16 kann ja nicht sein 20 passen da drauf oder passen da nur 16 drauf ja doch da passen nur 16 drauf ok alles klar ja Eigentlich kann ich da nur schon gleich mal ein paar Pellets mitnehmen. Die sortieren das dann ja im Lager. Das ist da nämlich erstmal Ordnung. Jo. Also, wie gesagt, scheinbar kommt das Pack an, das Transportpack. Das ist sehr schön. Das freut mich, das Zwischenlager auch. Das Zwischenlager ist natürlich sehr spezifisch für die Nordfriesische Marsch. Das Transportpack kann eigentlich auf allen Maps verwendet werden. So. Ganz wichtig, den letzten nicht da nehmen. Ausschalten, Autoload und weiter. Jetzt können die nämlich alle hier fein säuberlich weiterknüppeln und ins Geld einbringen. Ja, rum. Ja, rum. Ja, rum. Ja, rum. Ja, rum. Ja, rum. Einmal abladen. Und gucken. So. Nein. Wollte ich doch drauf drücken. Und der bleibt jetzt erstmal hier stehen. Und wir gucken mal. Also, da sind unsere... Ja, die brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir auch nicht. Ich weiß nicht. Auch nicht. Ich darf einfach mal durch. Ich weiß im Augenblick gar nicht, wo wir sind. Und der steht hier oben. Hier wird auch nichts weiter produziert. Jetzt probieren wir uns auch mal drum. Natürlich indem wir hier Brennstoff auffüllen. Habt ihr denn ans Wochenende gut verbracht? Ich hoffe doch. Ich auf jeden Fall. Bin total happy, wie gut die Packs ankommen im Augenblick. Wir hatten ja im Livestream tatsächlich ein paar Probleme, die wir vorher im Multiplayer noch nicht hatten. Ich verstehe nicht warum. Also, wenn ihr solche Probleme habt, dann sagt mir mal Bescheid. Schreibt das mal. Schickt mir vielleicht auch die Log-Datei und so. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Am besten bei Alice Mod Company im Forum posten oder so. Dann kann ich da mal gucken, wo dran das liegen könnte. So, als nächstes wird kommen. Also, ich habe schon gearbeitet. Auch hier am Transport Pack tatsächlich. Es gibt bei mir schon eine Version 1.0.0.1. Die werde ich eigentlich so erstmal noch nicht zum Download stellen. Das ist jetzt nichts gravierendes. Unter Last machen meine Fahrzeuge ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr Rauch. Gruß, wie auch immer. Und es waren auf dem Multiplayer gab es Hinweise, dass da Texturen mit Leerzeichen benannt waren. Die Texturen wurden so gar nicht benutzt. Die waren nur sozusagen als Platzhalter mit da. Trotzdem habe ich die Texturnamen erstmal angepasst. Das war nicht weiter wild. Und jetzt tauchen da auch diese Hinweise nicht mehr auf. Aber wie gesagt, die haben also mit der Funktionsfähigkeit des Packs nichts zu tun. Das funktioniert nach wie vor genau so, wie es eigentlich funktionieren soll. Und den fangen wir jetzt hier nochmal eben weg. Boah, habe ich hier viele Paletten. Es gibt also wirklich Zeit hier für ein Lager. Und ihr hört es, die Zeit ist um. Dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Rest Montag. Und schaut wieder rein. Am Wochenende wird es keine Livestreams geben, weil ich keine Zeit habe. Ich bedanke mich für eure Treue, für die ganzen Abos. Über 800 Abonnenten sind es jetzt. Ihr wisst, bei 1000 Abonnenten gibt es einen 10 Stunden Livestream. Und ja, gucken wir mal, was wir machen. Also klar wird es alles 17er natürlich geben. Aber ich meine, Corona ist jetzt so die nächste Zeit machen. Ich verabschiede mich bei euch und sage tschau.